Guten Tag. Ich habe gestern mit meiner Frau diesen Radiowecker gekauft, aber er funktioniert nicht. Er geht überhaupt nicht an. Er geht nicht an? Darf ich ihn mal sehen? Sicher. Hier, bitte. Also, wo ist denn die Steckdose? Ach, hier. So, jetzt einschalten. Ah, der Schalter steht schon auf ein. Ich mache ihn mal aus und wieder an. Hm, nichts. Sehen Sie, er ist kaputt. Kann ich ihn umtauschen? Tja, Sie haben recht. Irgendwas ist kaputt. Da bekommen Sie natürlich einen Ersatz. Haben Sie Ihren Kassenbon dabei? Ja, natürlich. Und hier ist auch der Garantieschein. Gut. Einen Moment, bitte. Ich bin gleich zurück und bringe Ihnen einen neuen Wecker. Den testen wir gleich hier. Also, wo bleibt er nur? Wo bleibt er denn nur? Ich hoffe, der Mann ist bald da. Jetzt ist es schon Viertel vor vier. Er kommt bestimmt gleich. Ich gehe mal ans Fenster. Oh, gerade fährt ein Wagen auf dem Parkplatz. Und? Was siehst du? Das war wohl nichts. Ich sehe, dass der Wagen schnell weiterfährt. Oh nein. Es ist so wichtig, dass der Techniker rechtzeitig kommt. Ja, sicher. Er kommt bestimmt. Sie haben gesagt... Ja, ja. Sie haben gesagt, bis vier Uhr ist auf jeden Fall jemand da. Aber letztes Mal sind Sie doch auch zu spät gekommen, oder nicht? Doch. Es stimmt, dass der Kundendienst letztes Mal zu spät gekommen ist. Aber heute sind Sie bestimmt pünktlich. Was ist? Siehst du etwas? Ja, ja. Jetzt sehe ich... Unten hält ein Wagen. Das ist der Mann, glaube ich. Psst, sei doch mal leise. Da. Hörst du es? Ich höre Schritte auf der Treppe. Oh ja. Hoffentlich ist er das. Jetzt haben wir nur noch 15 Minuten. Hoffentlich schafft er die Reparatur so schnell. Firma Breuer. Guten Tag, Frau Lindner. Guten Tag. Kommen Sie doch bitte herein. Na? Wo ist denn das Problem? Hier, im Wohnzimmer. Guten Tag. Der Apparat funktioniert nicht. Ich habe alles versucht, wirklich. Und in 15 Minuten kommt auch das Fußballspiel. Glauben Sie, Sie schaffen das so schnell? Mal sehen. Das kriegen wir schon. Also, Sie sagen, das Gerät funktioniert überhaupt nicht. Sind Sie sicher, dass es eingesteckt ist? Ja, natürlich. Ganz sicher. Hier unten an der Steckdose. Ja, der Stecker ist fest in der Steckdose. Kann ich mal bitte die Fernbedienung haben? Ja, Moment. Hier, bitte. Gut. Dann sehen wir doch mal nach. Die Batterien liegen richtig. Wann haben Sie die Batterien zuletzt gewechselt? Noch gar nicht. Das Gerät ist doch erst zwei Jahre alt. Zwei Jahre? Dann wechseln wir die Batterien doch mal. Ich habe welche dabei. So. Jetzt versuchen wir es nochmal. Welches Programm hätten Sie denn gern? Das erste. Denn da kommt jetzt gleich … Ich weiß, ich weiß. Sie wollen bestimmt das Fußballspiel sehen. Ja, klar, Fußball. Aber geht denn der Fernseher jetzt wieder? Ja, sicher. Die Batterien sind neu. Die Fernbedienung ist okay. Hier, schauen Sie. Und jetzt schalten wir ins Sportstudio und wünschen Ihnen, liebe Zuschauer, spannende Unterhaltung bei der Champions League. Super, wie Sie das gemacht haben. Großartig. Wunderbar. Haben Sie vielen Dank. Keine Ursache. Dann gehe ich jetzt. Auf Wiedersehen. Ja, jetzt fängt es an. Danke. Wiedersehen. Hallo, Martina. Hier ist der Alfred. Ich habe deine Karte gekriegt. Ich kann dich leider nicht am Flughafen abholen. Ich bin am Mittwoch in Bremen. Ich beschreibe dir mal, wie du zu mir kommst. Das ist ganz einfach. Du gehst am Flughafen zu den S-Bahn-Linien. Da gibt es eine Flughafen-Linie. Das ist die Linie 6. Mit der kannst du direkt nach Passang fahren. Da ist die Endhaltestelle. Du brauchst also nicht am Hauptbahnhof umsteigen. Wenn du am Passanger Bahnhof ankommst, dann musst du nur aufpassen, dass du nach links gehst. Dann kannst du die Straße geradeaus weitergehen. Das ist die Bäckerstraße. Dann siehst du auf der linken Seite eine Kirche. Da gehst du vorbei. Und dann kommt eine Querstraße. Das ist die Gräfestraße. Da gehst du rechts weiter. Bis zur Hausnummer 108. Und dann läutest du bei Bauer. Frau Bauer, das ist unsere Hausmeisterin. Bei der habe ich den Schlüssel gelassen. Ich wohne im fünften Stock. Wie kriegst du denn alles her? Es ist auch was zu essen im Kühlschrank für dich. Ich komme dann am Donnerstagmittag aus Bremen zurück. Ja? Ich freue mich. Ja? Hallo, Mutti. Ich bin's. Oh, mein Kind. Das ist aber schön, dass du anrufst. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ach, Mutti. Du sollst dir doch nicht immer Sorgen machen. Wie geht's dir denn? Mir geht es gut. Ja, ja, es geht mir gut. Und euch? Wo seid ihr denn? Ist das Wetter schön? Habt ihr ein gutes Hotel? Was machen die Kinder? Es ist alles in Ordnung. Wir sind in der Schweiz, das weißt du doch. Und das Hotel ist prima. Nur, wir haben kein Telefon auf dem Zimmer. Wenn etwas ist, kannst du aber die Rezeption anrufen. Wieso anrufen? Was soll denn sein? Du kannst doch immer mal anrufen. Komm, Mutti, bitte. Schreib dir die Telefonnummer auf. Ja, gleich. Jetzt erzähl doch erst mal. Wie war denn die Reise mit den Kindern? Die zwei waren ganz brav. Erst haben sie im Auto noch geschlafen und dann haben sie die meiste Zeit gelesen. Gelesen? Die zwei können doch gar nicht lesen. Ja, aber sie sagen, dass sie lesen. Sie haben sich Bilderbücher angeschaut. Das ist für sie lesen. Ach so. Und wie war die Fahrt? Sehr anstrengend. Wir haben lange gebraucht, weil wir vor der Grenze drei Stunden im Stau gestanden haben. Oh Gott. Drei Stunden. Was war denn los? Ein Unfall? Nein. Es hat sehr stark geschneit. Der Schnee kam ganz plötzlich. Kurt ist gefahren. Der war ganz schön fertig, als wir ankamen. Na ja, zum Glück ist nichts passiert. Und wie ist das Wetter jetzt bei euch? Schneid es noch? Nein. Heute scheint die Sonne, aber es ist ziemlich kalt. Heute früh hatten wir minus zwölf Grad. Oh Gott, so kalt. Hast du die Kinder warm angezogen? Aber ja, Mutti. Mach dir keine Sorgen. Die Kinder haben viel Spaß. Gestern haben sie einen Skikurs angefangen und sie können... Was? Du schickst sie zum Skikurs? Aber Kind, ist das nicht zu gefährlich? Sie sind doch noch so klein. Ach was. In der Schweiz lernen die Kinder schon als Babys Skifahren. Da sind unsere schon groß. Außerdem bleiben Kurt und ich immer in der Nähe. Pass nur gut auf. Hast du die Kinder dabei? Gib sie mir mal. Ja, gleich. Sie wollen auch mit dir telefonieren, aber zuerst schreibst du dir die Telefonnummer auf. Hast du einen Stift? Das ist 0041... Ja, bitte? Guten Tag. Spreche ich mit Frau Suter, der Besitzerin der Firma ZAK in Freiburg. Ja, warum? Sehen Sie, ich interessiere mich außerordentlich für die neuen Computerprogramme, die von der ZAK AG zurzeit entwickelt werden. Tut mir leid. Ich kann Ihnen darüber keine Informationen geben. Aber, aber. Ich weiß durchaus Bescheid, Gneefrau. Ihre Leute arbeiten doch an Software für Interpol. Für den elektronischen Kampf gegen Verbrecherorganisationen wie die Mafia, nicht wahr? Kein Kommentar. Was wollen Sie? Warum rufen Sie mich an? Sehen Sie, Gneefrau, Sie wollen doch sicher nicht im Spiegel, im Tagesanzeiger oder im Standard in dicken Schlagzeilen und mit Ihrem Foto lesen, dass Sie Programme gegen die Mafia schreiben. Soll das eine Drohung sein? Ich lege sofort auf, wenn Sie... Ach, wissen Sie, meine Telefonkarte funktioniert in fast jeder Telefonzelle. Ich habe Ihre Telefonnummer notiert und kann sie gleich wieder wählen. Auflegen nützt also gar nichts. Würden Sie bitte sofort klar sagen, was Sie von mir wollen? Aber sehr gern. Ich möchte Ihnen meine Informationen über Ihre Firmenaktivitäten und mein absolutes Schweigen anbieten. Gegen ein angemessenes Honorar, versteht sich. Sagen wir, äh, gegen eine Million Schweizer Franken. Also, das ist ja kriminell. Welcher Verbrecherorganisation gehören Sie denn an? Ich lasse es so nicht mit mir reden. Auf Nimmerwiederhören! Guten Tag, ich komme vom Norddeutschen Rundfunk. Haben Sie Zeit für ein kleines Interview? Huch! Bin ich jetzt im Fernsehen? Bin ich im Fernsehen? Nein, nein. Wir machen eine Radiosendung. Ach so. Prima. Also, was wollen Sie mich fragen? Wir sind hier auf dem Weihnachtsmarkt und in zwei Wochen ist Heiligabend. Wollen Sie Weihnachten zu Hause feiern? Ja? Und wie feiern Sie? Wie wir Weihnachten feiern? Na, ganz normal so. Mit Weihnachtsbaum? Natürlich. Wir haben immer einen Weihnachtsbaum. Und er muss sehr groß sein. Das ist mir wichtig. Schmücken Sie den Baum? Nein, das macht mein Mann. Naja, ich helfe ihm ein bisschen. Aber unsere Tochter darf den Baum nicht sehen. Sie muss in ihrem Zimmer warten, bis wir sie rufen. Wie alt ist Ihre Tochter? Sie ist fünf. Sie glaubt noch an den Weihnachtsmann. Jeden Tag fragt sie, Mama, was bringt mir der Weihnachtsmann? Haben Sie ja auch Besuch an Heiligabend? Nein, da sind wir drei alleine. Das ist uns lieber. Wir wollen es schön, ruhig und gemütlich haben. Aber am 25. kommen meine Eltern. Gibt es eine Weihnachtsgans? Nein, das ist mir zu kompliziert. Ich kann nicht gut kochen, wissen Sie? Na, dann wünsche ich Ihnen ein schönes Weihnachtsfest. Vielen Dank. Sie heißen Manfred Hübner. Jawohl. Und Sie sind geboren? Am 14. März 1972 in Würzburg. Wo wohnen Sie bitte? In Paderborn. U-Landstraße 10. Ja. Herr Hübner, Sie wissen, dass Sie hier vor Gericht die Wahrheit sagen müssen. Ja, natürlich. Natürlich sage ich die Wahrheit. Herr Hübner, Sie waren am 11. März diesen Jahres an dem Unfall auf der Bundesstraße 68 zwischen Bielefeld und Paderborn beteiligt. Können Sie uns jetzt mal erzählen, wie der Unfall passiert ist? Ja, also ich war auf dem Weg nach Hause und ich fuhr in meinem VW auf der B 68 in Richtung Paderborn. Wie spät war es etwa? Das war so gegen Viertel nach sieben. Ich weiß nämlich noch, dass im Radio gerade Rock nach sieben kam. Das höre ich mir immer gern an, wissen Sie? Aha. Und wie war das Wetter? Es war ziemlich neblig. Wir hatten ja schon den ganzen Tag Nebel. Man konnte sehr schlecht sehen. War die Straße glatt? Nun ja, es fing an zu frieren. Also die Temperatur war ungefähr null Grad. Wie schnell fuhren Sie denn so? Kann ich nicht mehr so genau sagen. Also so 70, 80 vielleicht. War das nicht ein bisschen schnell bei Nebel und glatter Straße? Vielleicht war es auch weniger. Ich bin auf jeden Fall vorsichtig gefahren. Und was passierte dann? Erzählen Sie mal weiter. Ja, auf einmal sah ich dann das Auto. Welches Auto? Ja, da kam plötzlich ein Auto von rechts, aus einem Weg. Sie sagen plötzlich. Konnten Sie dann das Auto nicht schon vorher sehen? Nein. Plötzlich war es da. Da ist ja auch vorher der Wald. Hielt der Wagen an? Nein, das ist es ja. Der hielt gar nicht erst an. Der fuhr sofort auf die B68. In welcher Richtung? In Richtung Paderborn. Also in Ihrer Richtung? Ja. Der bog rechts ab, von ihm aus gesehen. Und Sie? Was haben Sie gemacht? Ich habe gebremst wie verrückt. Aber es war schon zu spät. Ich bin voll mit dem anderen Wagen zusammengestoßen. Sie stießen also mit dem Wagen des Angeklagten zusammen. Aber da habe ich noch eine Frage. Warum sind Sie denn nicht auf die andere Seite gefahren? Da war doch sicher Platz. Nein, nein. Das konnte ich doch nicht. Da kam ja ein Lastwagen. Wie? Da kam ein LKW von vorn? Ja. Ich konnte doch nicht gegen den LKW fahren. Ich musste doch auf meiner Seite bleiben. Konnten Sie die Nummer des LKWs erkennen? Nein. Das konnte ich in der kurzen Zeit nicht. Und gleich danach war ja auch schon der Knall. Herr Hübner, der Angeklagte sagt, er hat an der B68 angehalten. Das stimmt aber nicht. Sind Sie nicht vielleicht doch zu schnell gefahren, sodass der Angeklagte Sie erst viel zu spät sehen konnte? Nein, auf keinen Fall. Bei so einem Nebel, da fährt man doch sowieso schon vorsichtig. Herr Zeuge, ich muss Sie auch fragen, hatten Sie an dem Abend Alkohol getrunken? Nein, ganz bestimmt nicht. Also, warum fragen Sie mich das überhaupt? Ich bin doch nicht der Angeklagte. Ich bin als Zeuge hier. Der hat das doch gemacht, den Unfall. Der hat doch den Unfall gemacht. Bitte, bitte, beruhigen Sie sich. Guten Tag, ich mache ein Interview für den NDR. Haben Sie einen Moment Zeit? Ja, schon. Wie finden Sie den Weihnachtsmarkt? Ganz nett. Die Atmosphäre ist ganz schön. Sind Sie alleine hier? Nein, ich bin mit meiner Freundin hier. Sie kauft gerade Kerzen. Sicher für den Weihnachtsbaum, oder? Nein, einen Weihnachtsbaum wollen wir nicht. Dafür haben wir keinen Platz. Unsere Wohnung ist sehr klein. Dann feiern Sie Weihnachten also mit Ihrer Freundin. Alleine oder haben Sie Gäste? Also, das weiß ich noch gar nicht. Weihnachten ist mir auch ziemlich egal, wissen Sie. Das Fest ist mir nicht so wichtig. Dann gibt es keinen Weihnachtsbaum und keine Geschenke? Doch, ein paar Geschenke gibt es schon. Ich habe für meine Freundin eine Uhr gekauft. Und was gibt es bei Ihnen zu essen an Weihnachten? Das weiß ich auch noch nicht. Wahrscheinlich kochen wir zusammen etwas. Kochen macht uns Spaß. Gut, vielen Dank. Hallo, ich bin Anja. 19 Jahre. Und habe vor ein paar Wochen Abi gemacht. Ich träume eigentlich schon lange davon, zwischen Abi und Studium nochmal so eine richtig große Reise zu machen. Um mir dafür ein bisschen Geld zu verdienen, habe ich in so einem Nobelrestaurant angefangen. Als Hilfskellnerin. Für einen miesen Stundenlohn. Eine Freundin hat mir den Job besorgt. Ich dachte ja echt, die würden mir wenigstens am Anfang mal erklären, worauf ich so achten muss. Schließlich habe ich vorher noch nie im Service gearbeitet. Aber nichts da. Damit muss ich ganz alleine klarkommen. Wenn ich mal einen Fehler mache, und es kommt natürlich ziemlich oft vor, macht mich der Oberkellner echt vor den Gästen fertig. Das ist vielleicht schrecklich. Total peinlich. Und wenn irgendwelche Gerichte mal ausverkauft sind, erfahre ich auch nur durch Zufall davon. Oh Mann, wenn ich daran denke, wie die anderen Kollegen immer hinter meinem Rücken über mich reden. Richtig fies ist das. Und wenn ich nicht dann mal mit ihnen unterhalten will, herrscht plötzlich eisiges Schweigen. So was kann ganz schön wehtun. Ach ja, und die Sache mit dem Trinkgeld. Ich darf nicht kassieren. Also sehe ich auch nie einen Cent davon. Das ist doch echt ungerecht, oder? Guten Tag, ich bin vom NDR. Wir machen Interviews zum Thema Weihnachten. Darf ich Sie etwas fragen? Ja, bitte. Gern. Sie besuchen hier den Weihnachtsmarkt. Gefällt er Ihnen? Ja, der Weihnachtsmarkt gefällt mir gut. Es ist mir ein bisschen zu voll hier, aber es ist schön. Haben Sie etwas gekauft? Nein. Mein Mann und ich haben einen Glühwein getrunken und eine Bratwurst gegessen. Das machen wir immer so. Aber die Weihnachtssachen, die brauchen wir nicht. Wir sind an Weihnachten gar nicht zu Hause. Wo sind Sie denn an Weihnachten? Darf ich das fragen? Ja, ja. Wir sind in Australien. Wir fliegen am 20. Dezember nach Australien. Und dann wollen Sie dort feiern? Nein, eigentlich nicht. Nein, feiern wollen wir nicht. Wissen Sie, wir haben keine Kinder. Warum sollen wir da Weihnachten feiern? Ja, sicher. Das verstehe ich. Ein Weihnachtsbaum, der fehlt mir nicht. Und es ist mir auch zu viel Arbeit. Wir machen ganz einfach Urlaub. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß und eine gute Reise. Vielen Dank. Ich habe das Gefühl, dass du dich gar nicht richtig über meine Geschenke freust. Das merke ich, wenn du dich bei mir bedankst. Das kommt nicht richtig von Herzen. Oh, Schatz, das tut mir leid. Das... Und auf unseren Urlaub freust du dich auch nicht. Jedenfalls merke ich nichts davon. Oh, Schatz, das tut mir wirklich leid, aber... Nein, nein. Du brauchst dich gar nicht bei mir zu entschuldigen. Wenn du dich nicht freust, dann freust du dich halt nicht. Aber das stimmt nicht. Natürlich freue ich mich auf den Urlaub mit dir. Und ich freue mich auch immer über deine Geschenke. Ich habe es nur einfach nie gelernt, meine Freude richtig zu zeigen. Du weißt doch, meine Familie war nie besonders herzlich. Wenn mein Vater sich bei jemandem für irgendetwas bedankt hat, gab es immer nur ein trockenes Danke. Und er hat nie gesagt oder gezeigt, dass er sich auf irgendein Ereignis oder über irgendein Geschenk freut. Ja, ja, du und deine Familie. Ich bin mit dir zusammen, mein Lieber, nicht mit deinem Vater. Ach, komm. Hm, ich weiß, ich kann meine Gefühle nicht so gut zeigen. Das ist ein Fehler von mir, okay. Aber warum kannst du es eigentlich nie akzeptieren, wenn ich mich für meine Fehler entschuldige? Tut mir leid, ich habe den Bus verpasst. Ja, ich habe schon auf sie gewartet. Fangen wir an. Darf ich rauchen? Ich bin so nervös. Äh, in meinem Büro habe ich das nicht so gern. Sie haben am Telefon gesagt, dass Sie schon in einem Salon in München gearbeitet haben? Oh ja. Kennst du München? Ich darf doch du sagen, oder? München ist eine tolle Stadt. Ich hatte dort sehr nette Kollegen. Und ich habe gut verdient. Was bekomme ich bei dir? Darüber können wir vielleicht später reden. Zeigen Sie mir jetzt Ihre Unterlagen. Besonders das letzte Zeugnis ist für mich natürlich interessant. Oh je. Die habe ich vergessen. Ich hatte es so eilig und jetzt liegen Sie noch auf dem Küchentisch. Aber vielleicht lassen Sie nur. Ich glaube, Sie probieren es lieber bei jemand anderem. Ach, äh, entschuldigen Sie bitte. Ich habe gesehen, dass Sie eben aus dem Restaurant gekommen sind. Arbeiten Sie da? Warum wollen Sie das wissen? Entschuldigung, das habe ich Ihnen ja gar nicht gesagt. Ich mache Interviews mit Frauen über Ihren Beruf. Darf ich Ihnen vielleicht ein paar Fragen stellen? Na gut, bitte. Also, arbeiten Sie in dem Restaurant? Ja, ich bin dort Kellnerin. Und wie gefällt Ihnen Ihre Arbeit? Sind Sie zufrieden? Na ja, also, was soll ich sagen? Also, so ganz zufrieden bin ich nicht. Im Moment muss ich zum Beispiel oft in der Küche mithelfen. Dazu habe ich gar keine Lust. Aber ich muss. Die Arbeiten in der Küche interessieren mich nicht. Ich koche nicht gern. Auch zu Hause nicht. Aber Sie sind doch Kellnerin. Warum müssen Sie denn in der Küche arbeiten? Das muss ich immer, wenn dort jemand krank ist. Ach, es sind einfach zu wenig Leute für die Küche da. Ich ärgere mich immer darüber. Aber am liebsten möchte ich sowieso die Stelle wechseln. Vor allem deshalb, weil mir der Geschäftsführer auf die Nerven geht. Wieso? Was macht er denn? Na, er lässt mich nicht in Ruhe, wissen Sie? Eigentlich ist er ganz nett, aber er interessiert sich zu sehr für mich. Er will mich immer einladen. Das mag ich nicht. Ich bin doch verheiratet. Außerdem bin ich auch so nicht zufrieden. Ich verdiene viel zu wenig. Es gibt kaum noch Trinkgeld. Die Gäste geben immer weniger Trinkgeld. Eigentlich haben sie mir versprochen, dass ich mehr Geld bekomme. Aber ich warte schon seit einem Jahr darauf. Ich möchte endlich mehr Gehalt haben. Tja, das ist immer ein Problem. Das Geld. Ja, ja. Es ist ja auch alles so teuer. Ach, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Ist es schon 5 Uhr? Ich warte auf meinen Mann, wissen Sie. Mein Mann will mich hier mit dem Auto abholen. Ähm, es ist 10 Minuten vor 5. Sicher kommt Ihr Mann gleich. Holt Ihr Mann Sie eigentlich immer von der Arbeit ab? Nein, meistens nehme ich den Bus. Ich habe nämlich noch keinen Führerschein. Aber demnächst kann ich auch mit dem Auto fahren. In 4 Wochen. Dann mache ich nämlich die Führerscheinprüfung. Darauf bereite ich mich gerade vor. Na dann viel Glück. Und vielen Dank für das Interview. Entschuldigen Sie bitte. Haben Sie Zeit für ein kurzes Interview? Naja, wenn es nicht so lange dauert. Nein, nein, es dauert bestimmt nicht lange. Es geht um Ihren Beruf. Ist das Ihr Lastwagen? Ich fahre ihn, aber leider gehört er nicht mir. Aber er gehört zu meinem Beruf. Ich bin Fernfahrerin. Toll, das ist ja sehr interessant. In welche Länder fahren Sie denn? Ich bin in ganz Europa unterwegs. Das ist sehr anstrengend, weil ich nie genug schlafen kann. Außerdem muss ich auch oft meine privaten Termine aufgeben, wenn der Chef mir einen neuen Auftrag gibt. Zum Beispiel habe ich morgen eigentlich ein Tennisspiel. Daran kann ich aber leider nicht teilnehmen, weil ich fahren muss. Das finde ich sehr schade. Aber am nächsten Wochenende habe ich frei. Darauf freue ich mich schon. Da bleibe ich mal zwei Tage lang im Bett. Naja, eigentlich ist Ihr Beruf ja immer noch ein Männerberuf. Wie klappt das mit Ihren Kollegen? Na ja, die sind sehr verschieden. Die meisten sind nett, aber mit einigen Kollegen habe ich Probleme. Die wollen keine Frauen in ihrem Beruf haben und reden schlecht über mich. Manchmal ist das richtig schlimm. Wieso? Was reden die denn? Ach, nur dummes Zeug. Dass Frauen gar keinen Lastwagen fahren können und dass ich Fehler mache. Es ist alles Unsinn, aber ich rege mich sehr darüber auf. Warum lassen die mich nicht in Ruhe meine Arbeit machen? Zum Glück hat mein Freund viel Verständnis für meine Arbeit. Mit ihm kann ich über alles sprechen. Probleme mit den Kollegen gibt es in jedem Beruf. Lassen Sie die doch reden. Die Hauptsache ist doch, dass Sie Spaß an Ihrer Arbeit haben. Ja, das stimmt schon. Aber ich weiß sowieso nicht, wie lange ich noch in diesem Beruf bleiben kann. Ich muss mich um meine kranke Mutter kümmern. Sie kann nicht gut laufen und braucht viel Hilfe, wissen Sie? Wenn das so bleibt, dann brauche ich mehr Zeit für meine Mutter. Dann muss ich meine Stelle aufgeben. Und davor habe ich Angst. Ich weiß einfach nicht, was ich dann machen soll. Ich muss mir dann wohl eine Stelle als Taxifahrerin suchen. Vielleicht geht es Ihrer Mutter bald wieder besser. Das wünsche ich Ihnen. Und vielen Dank für das Interview. Ach, endlich Wochenende. Und endlich mal gutes Wetter. Oh je, die Geranien. Mike, gehst du mal die Blumen? Na, den liegt nicht gleich wieder in der Sonne. Stell lieber die Liegestühle auf und hol den Grill raus. Wir wollen doch heute noch mit den Borchers Würstchen grillen. Oh Mann. Mike, du kannst mal die Fenster im Wohnwagen aufmachen und den Sonnenschirm aufspannen. Nicht schon wieder Comic-Hefte lesen. Kinder, die Regenlacken müssen ins Vorzelt. Ich hoffe ja, wir brauchen sie nicht. Und was ist mit dem Gartentisch hier? Ja, bitte aufstellen. Vorsicht, passt doch auf. Seid nicht so laut. Ihr seid nicht allein hier. Na und, ihr seid doch selber laut. Ich muss mit euch reden. Was gibt's, Mahmoud? Ich brauche unbedingt einen Computer. Fast alle in meiner Klasse haben einen. Das kann ja sein. Aber ich sehe dich schon den ganzen Tag am Computer spielen und deine Hausaufgaben machst du dann gar nicht mehr. Das stimmt nicht. Ich will nicht nur spielen. Ich brauche den Computer auch für die Schule. So ein Unsinn. Wir haben auch alles ohne Computer gelernt. Es gibt doch Bücher. Na ja, aber heute ist das etwas anders. Das Internet kann wirklich bei den Hausaufgaben helfen. Außerdem muss man heute für fast jeden Beruf mit dem Computer umgehen können. Ja, vielleicht. Aber so ein Computer ist doch sehr teuer. Da hast du recht und ich habe mir schon Gedanken gemacht. Ein gebrauchter Computer ist viel billiger und ich habe etwas gespart. Ihr müsst den Computer also nicht ganz bezahlen. Vielleicht nur die Hälfte. Und Herr Marx hat versprochen, dass er mir beim Suchen und Installieren hilft. Du hast ja wirklich an alles gedacht. Also gut. Ich schlage vor, wir kaufen einen gebrauchten Computer. Keinen neuen. Und du sitzt nie länger als zwei Stunden an dem Ding. Klar, versprochen. Na gut. Dann such ein günstiges Angebot und wir sehen, was wir machen können. Du hast ja auch bald Geburtstag. Klasse. Ich habe schon ein paar Anzeigen gefunden. Wartet, ich hole sie mal schnell. Sag mal, weißt du, warum die Chefin heute schon wieder so schlechte Laune hat? Ich weiß auch nicht. Irgendjemand hat mir mal erzählt, dass sie private Probleme hat. Na ja, irgendwie finde ich das nicht in Ordnung. Ich lasse meine schlechte Laune ja auch nicht an meinen Kollegen aus, wenn ich zu Hause irgendwelche Probleme habe. Weißt du irgendetwas Genaueres darüber? Ich glaube, irgendwann vor ein paar Wochen hat ihr Mann sie verlassen. Wirklich? Na, umso besser. Den fand ich sowieso irgendwie seltsam. Dann soll sie sich doch irgendeinen netten Kollegen aus der Firma angeln. Haha, du glaubst doch nicht im Ernst, dass irgendjemand hier im Hause bei ihr eine Chance hätte. Der müsste doch mindestens eine Million auf dem Konto haben. Und außerdem müsste er ein tolles Auto fahren. Nicht irgendeins. Mindestens einen Mercedes oder einen BMW. Meinst du wirklich? Ach nee. Irgendwie glaube ich nicht, dass ihr Geld so wichtig ist. Na, das werden wir ja sehen. Irgendwelche Verehrer hat sie ja schließlich immer. Jan, hallo. Hör mal, ich muss dir was erzählen. Du bist ja ganz aufgeregt. Ja, ich hatte ein Gespräch mit meinem Chef. Stell dir vor, ich soll eine neue Filiale in Hamburg leiten. Oh, das ist ja toll. Herzlichen Glückwunsch. Aber, aber du wolltest doch zu mir nach Berlin kommen. Ich weiß. Aber eine Filiale leiten, das ist mein Traum. Vielleicht bekomme ich diese Chance nie wieder. Das verstehe ich ja. Aber wir wollten doch endlich eine gemeinsame Wohnung haben. Und ich kann von Berlin nicht weggehen. Du weißt doch, dass das jetzt nicht geht. Hast du denn schon einen Vertrag unterschrieben? Nein, natürlich nicht. Ich wollte erst mit dir reden. Wie sind denn die Arbeitszeiten und der Verdienst? Das Gehalt ist super. 900 Euro mehr im Monat. Und die Arbeitszeiten kannst du dir ja vorstellen. Jeden Tag bis zum Geschäftsschluss. Auch samstags? Dann können wir uns ja nur noch am Sonntag sehen. Ja. Und im Urlaub natürlich. Du hast dich also schon entschieden. Nein, ich habe mich noch nicht entschieden. Aber ich glaube, ich möchte das Angebot gern annehmen. Sarah, denk doch mal nach. In Berlin gibt es auch gute Stellen. Und da können wir jeden Tag zusammen sein. Ich habe in den letzten Wochen schon nach einer Wohnung für uns gesucht. Ja, ich weiß. Es tut mir ja auch leid. Wann musst du dich denn entscheiden? Sehr bald. Der Chef kann nicht warten. Ich muss den Vertrag schnell unterschreiben, wenn ich die Stelle haben will. Bitte, Sarah, denk doch noch mal nach. Denk auch an uns. Ja, natürlich denke ich auch an uns. Aber das ist einfach so eine tolle Chance. Ich weiß ja auch nicht. Jan, ich überlege es mir noch. Und dann rufe ich dich wieder an. Ich war vier Wochen bei meinen Eltern in Kenia. Sie wohnen nicht weit weg von Nairobi. Im Haus von meinen Eltern habe ich mich wohl gefühlt. Meine Familie und meine Freunde haben sich gefreut, dass ich sie besucht habe. Wir haben zusammen gegessen und getrunken und viel über die alten Zeiten geredet. Vor allem habe ich das Essen genossen. Seit einer Woche bin ich wieder in Deutschland. Meine Freunde haben mich am Flughafen abgeholt und wir haben zusammen ein kleines Fest gemacht. Jetzt sind meine Ferien zu Ende und ich gehe wieder jeden Tag zur Arbeit. Guten Tag. Ich komme vom Möbelhaus-Serviceteam und möchte Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Haben Sie ein paar Minuten Zeit, Herr... Fischer ist mein Name. Olaf Fischer. Herr Fischer, was für ein Möbel laden Sie denn da in Ihren Wagen? Einen Fernsehsessel. Und wozu haben Sie den Fernsehsessel gekauft? Damit ich gemütlich fernsehen kann, natürlich. Wissen Sie, seit zwei Wochen arbeite ich nicht mehr. Ich bin jetzt Rentner und letzte Woche habe ich meinen neuen Fernseher bekommen. Mein super Bild hat der, 16 zu 9. Das ist ja toll. Das ist ja wirklich groß, das Bild. Fast wie im Kino. Ja, das stimmt. Aber wissen Sie, ich mag eigentlich gar keine Kinos. Ich schaue mir Filme lieber zu Hause an. Da ist so ein Fernsehsessel natürlich genau richtig für Sie. Ja, und in einem Fernsehsessel sitzt man so richtig gemütlich. Und man kann auch liegen. Das finde ich sehr gut. Und warum haben Sie den Fernsehsessel Paradiso gekauft? Weil er im Angebot war. Nur 777 Euro habe ich bezahlt. Und ich finde, er passt gut zu meinem Couchtisch. Die Farben passen gut zusammen. Dann stellen Sie den Fernsehsessel bestimmt neben den Tisch. Nein, nein, den stelle ich neben die Heizung. An der Heizung ist es nämlich schön warm, wissen Sie? Vielen Dank, Herr Fischer. Vielen Dank für das Gespräch. Wir vom Möbelhaus wünschen Ihnen mit Ihrem Fernsehsessel noch viele gemütliche Fernsehstunden. Ja, Dankeschön. Die habe ich bestimmt. Mein Name ist Marco. Ich bin Italiener, lebe aber schon seit 15 Jahren in Deutschland. Von Beruf bin ich Maurer. In meiner jetzigen Firma arbeite ich schon seit 10 Jahren. Und mein Chef war eigentlich immer zufrieden mit meiner Arbeit. Vor ungefähr einem Jahr habe ich zwei neue Kollegen bekommen. Klaus und Rüdiger. Beide so Anfang 20 mit einer großen Klappe. In den Pausen haben die immer eine Menge Geschichten erzählt und derbe Witze und so. Am Anfang fand ich das ja noch ganz witzig. Aber irgendwann konnte ich wirklich nicht mehr darüber lachen. Die meisten Sprüche waren ausländerfeindlich. Und dann hatte ich irgendwann das unbestimmte Gefühl, dass sie auch speziell gegen mich gerichtet waren. Oder wie soll ich das sonst verstehen, wenn die ständig ausländerfeindliche Witze erzählen? Seit ich einmal dagegen protestiert habe, ist es noch schlimmer geworden. Jetzt reden sie sogar schon schlecht über meine Familie, verstecken mein Werkzeug, rufen meine Frau an und erzählen ihr irgendeinen Mist. Erzähl doch mal von deinem Urlaub. Wo wart ihr denn? Wir waren in Österreich. Oh, wie schön. Ja, an dem Ort, wo wir immer hinfahren. Ach, an dem Ort, wo ihr immer hinfahrt. Hattet ihr denn ein schönes Hotel? Ja, wir waren in dem Gasthof, in dem wir immer wohnen. Ach, in dem Gasthof, in dem ihr immer wohnt. Dann wart ihr sicher zufrieden. Ja, wir hatten auch wieder das Zimmer, in dem wir immer übernachten. Ach ja, das Zimmer, in dem ihr immer übernachtet. Und das Essen, war es gut? Ja, sie haben noch dieselbe Speisekarte, von der wir seit 20 Jahren essen. Wirklich? Dieselbe Speisekarte? Waren denn auch nette Leute da? Ja, wir haben dieselben Leute getroffen, mit denen wir dort immer zusammen sind. So, dieselben Leute. Sicher habt ihr da noch etwas unternommen. Ja, wir haben dieselben Ausflüge gemacht, die wir immer machen. Und? Wollt ihr nächstes Jahr wieder da hinfahren? Natürlich. So ein Urlaub ist immer eine schöne Abwechslung. Sandra Krüger? Guten Tag, mein Name ist Yildirim. Ich habe Ihre Anzeige gesehen. Sie geben Mathematik Nachhilfe? Ja, das ist richtig. Ich gebe Nachhilfe in Mathematik und in Physik. Es geht um meinen Sohn. Er ist in der 9. Klasse und braucht dringend Nachhilfe in Mathematik. Was kostet denn die Stunde? Das kommt drauf an. Ich gebe Einzelunterricht oder auch in kleinen Gruppen. Einzeln kostet die Stunde 12 Euro. In kleinen Gruppen zu vier Schülern 8 Euro. Ich denke, für den Anfang ist Einzelunterricht besser. Ja, dann müssen wir mal sehen, wann es passt. Einen Moment. Ich hole rasch meinen Kalender. So, hört mal bitte zu. Ruhe bitte. Psst. Ich erkläre euch jetzt das Haus und anschließend belegt ihr eure Zimmer. Wir sind hier am Haupteingang. Der Flur hier links führt zu den zwei Klassenzimmern und rechts ist der Speisesaal. Zwei Klassenzimmer? Warum denn zwei? Na ja, ihr seid nicht allein hier. Es ist noch eine andere Klasse hier. Eine achte. Übrigens auch aus München. Wo ist unser Klassenzimmer? Unser Klassenzimmer ist hier vorn links. Und der Speisesaal? Theo, du denkst natürlich gleich wieder ans Essen. Der Speisesaal ist hier rechts. Hinten ist die Küche. Aber das zeige ich euch nochmal, wenn der Küchendienst beginnt. Was? Küchendienst? Klar. Was denkst du denn? Wir sind doch nicht im Hotel. Küchendienst. So ein Quatsch. Die Treppe da hinten führt zu den Schlafzimmern. Die Mädchenschlafzimmer sind im ersten Stock. Die Jungen sind ganz oben. Was? Ganz oben? Die Mädchen müssen nur in den ersten Stock und wir in den zweiten. Mist. Nun hab dich nicht zu. Ich denke, du bist so stark. Jetzt reicht's aber. Können wir eigentlich irgendwo Basketball spielen? Ja, draußen auf dem Spielplatz. Und Tischtennis? Auch draußen? Nein, der Tischtennisraum ist unten im Keller. Ja, da ist übrigens eine Bibliothek und auch ein Spielzimmer für Schach und so weiter. Und eine Disco. Hey! Wow, super! Cool. Was? Wo? Wo ist eine Disco? Unten im Keller. Noch eine Frage bitte. Machen wir eigentlich immer Unterricht im Klassenzimmer? Nein, wir bleiben drin, wenn wir die Tafel brauchen. Aber wir sehen zu, dass wir oft rausgehen. Draußen macht's mehr Spaß. So, und jetzt geht bitte auf euer Zimmer und macht eure Betten. Was? Betten machen? Ich hab noch nie in meinem Leben ein Bett selbst gemacht. Dann wird's aber Zeit. Übrigens, heute früh habe ich im Radio gehört, dass es schon wieder zehn Kilometer lange Staus auf der Autobahn München-Salzburg gibt. Tja, Urlaubszeit. Die meisten Urlauber fahren eben jetzt, weil ihre Kinder Schulferien haben. Wir auch. Wenn alles klappt, fahren wir mit dem Auto wieder nach Griechenland. Am Strand liegen, schwimmen. Für uns ist das am schönsten. Und Sie, Frau Beck, fahren Sie wieder nach Österreich? Nein, diesmal nicht. Unser Sohn hat vor, mit Freunden eine Radtour durch Irland zu machen. Er freut sich schon darauf. Nur weiß er noch nicht, wie lange sein Geld reicht. Inge fährt auch nicht mehr mit uns Eltern in Urlaub. Sie will mit der Familie ihrer Freundin an die Nordsee. Mein Mann und ich, wir überlegen, ob wir nicht mal im Herbst eine Reise nach Südfrankreich machen sollen. Fahrt, Hotel, Essen und Programm. Alles organisiert das Reisebüro. Ich bin froh, wenn ich im Urlaub einmal keine Hausarbeit machen muss. Ach, uns gefällt es besser, mit dem eigenen Auto zu reisen. Man fühlt sich freier und unabhängiger. Wir nehmen unser Zelt mit und wenn wir irgendwo einen schönen Campingplatz finden, dann bleiben wir da. Mal zwei Tage, mal länger, je nachdem, ob wir nette Leute kennenlernen. Und wir kochen selbst, weil man dadurch doch eine ganze Menge Geld sparen kann. Ja, das stimmt schon. Übrigens, Sie kennen doch Bernd Schwarz. Er will jetzt mal sehen, wie es ist, wenn man seinen Urlaub zu Hause verbringt. Ich finde das nicht schlecht. Man hat dann auch mal Zeit, ein dickes Buch zu lesen. Mir gefällt es besser, wenn ich aus meinen vier Wänden rauskommen kann. Es ist interessanter, etwas Neues zu sehen. Andere Städte, andere Menschen, andere Länder. Ich will auch raus aus der Großstadt. Ich liebe Bäume, Natur und frische Luft. Ein Urlaub auf dem Bauernhof. Ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr schön ist. Meine beste Freundin kenne ich schon seit über 20 Jahren. Wir sind schon zusammen zur Grundschule gegangen. Nach dem Abitur haben wir mal für ein paar Jahre wenig Kontakt gehabt, weil wir unsere Ausbildungen in verschiedenen Städten gemacht haben. Jetzt wohnen wir wieder in demselben Ort und sehen uns oft, verbringen einen Großteil unserer Freizeit miteinander. Sabine kennt mich so gut, da kann ich einfach immer sein, wie ich bin. Wir können über alles sprechen. Über unsere Wünsche, über unsere Ängste oder einfach nur, wenn wir Ärger im Büro haben. Unsere Vorstellungen vom Leben sind ziemlich unterschiedlich. Deshalb sind wir auch oft verschiedener Meinung. Aber mit einer guten Freundin sollte man auch streiten können, ohne dass die Freundschaft zerbricht. Wichtig ist, dass man hinterher wieder zusammen lachen kann. Der Sekt ist im Kühlschrank. Wir haben noch keine Gläser. Ja, ja, ich weiß. Rolf holt gerade den Sekt. Hat jeder ein Glas? Gleich ist es zwölf. Rolf, die Musik ist zu laut. Man kann den Fernseher nicht hören. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Groß Neujahr! 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 Alles Gute im Neujahr! Ein glückliches neues Jahr, mein Schatz. Alles Gute im Neujahr, Liebling. Wer hat die Raketen? Gehen wir auf den Balkon? Ja, wir machen das Feuerwerk auf den Balkon. Kommt ihr alle mit? Moment, Moment, ich habe ein Feuerzeug. Oh, so schön. Schau mal. Sieh mal, das Angebot da. Wir brauchen bestimmt bald eine neue Waschmaschine. Unsere ist schon so alt. Ja, ja. Aber jetzt suchen wir einen Discman für Wladimir. Wo sind denn... Ach ja, hier. Wie gefällt dir der in Silber? Der sieht doch gut aus, oder? Aber ganz schön teuer. Fast 95 Euro. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Ja, gern. Wir suchen einen Discman für unseren Neffen. Haben Sie auch ein etwas billigeres Gerät? Sie haben Glück. Hier, sehen Sie. Ein kleiner, praktischer Discman und sehr günstig. Er ist im Angebot und kostet nur noch 59,99 Euro. Ein echtes Schnäppchen. Ja, der Preis ist okay. Aber hat er auch Garantie? Natürlich. Sie haben bei uns auf alle Geräte ein Jahr Garantie. Hm, ja. Was meinst du? Sie bekommen auch noch Kopfhörer dazu. Das ist nicht schlecht. Ich denke, wir nehmen ihn. Eine gute Wahl. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Nein, das ist... Oh ja, wir brauchen unbedingt einen neuen Radiowecker. Was haben Sie denn da? Ich habe hier ein günstiges Angebot für nur 25,99 Euro. Hm, der sieht ganz gut aus. Okay. Haben Sie sonst noch einen... Oh nein, danke. Für heute ist es genug. Aber verpacken Sie den Discman doch bitte als Geschenk. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu unserem heutigen Thema Ufos. Spinnerei oder Wirklichkeit? Wir haben einige Experten ins Studio eingeladen, um mit Ihnen gemeinsam dieses Thema zu diskutieren. Alle haben sich lange mit dem Thema beschäftigt. Ich darf Sie Ihnen kurz vorstellen. Diplomphysiker Illo Brandt von Ludwiger. Er arbeitet bei der Deutschen Aerospace. Nebenbei betreibt er seit 20 Jahren UFO-Forschung. Guten Abend. Dann begrüße ich Frau Dr. Godarek. Sie ist Psychologin und beschäftigt sich seit Jahren mit Menschen, die über Erlebnisse mit Außerirdischen berichten. Hallo. Dann darf ich Ihnen Herrn Helmer vorstellen. Herr Helmer ist vor drei Jahren von Außerirdischen entführt worden. Hallo. Und schließlich haben wir bei uns im Studio Herrn Haverkamp, Autor vieler Bücher über Ufos, der ganz sicher ist, dass es Außerirdische gibt, die uns regelmäßig besuchen kommen. Guten Abend. So. Und wie immer sage ich Ihnen unsere Telefonnummer, damit auch Sie zu Hause sich an unserer Sendung beteiligen können. 089 21 32 42. Noch einmal zum Mitschreiben 089 21 32 42. Ja, Herr Helmer, fangen wir mit Ihnen an. Sie sind vor drei Jahren Außerirdischen begegnet. Können Sie uns ein bisschen mehr darüber berichten? Ja, natürlich. Also, das war so. Am 3. September ging ich abends kurz nach 9 Uhr nochmal mit dem Hund raus, um mir die Beine zu vertreten. Ich hatte den ganzen Tag am Computer gesessen. Ich ging mit meinem Hund ein Stück den Main entlang. Da kam plötzlich ein großes weißes Licht auf mich zu. Zuerst dachte ich, das ist ein Flugzeug. Die sehen nachts ja schon ein bisschen wie Ufos aus. Aber es kam immer näher. Ich blieb stehen, um abzuwarten, was passiert. Etwa 100 Meter vor mir und 20 Meter über der Erde blieb es in der Luft stehen. Vielleicht um einen Landeplatz zu suchen. Ich hatte schrecklich Angst. Aber ich konnte nicht wegrennen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich stand also da und das Ufo landete direkt vor mir. Mein Hund lief zum Raumschiff. Ich rief noch Halt, Valdi, bleib hier, um ihn zurückzuhalten. Aber es war zu spät. Eine Tür ging auf und zwei... Ja, wie soll ich sagen? Leute kamen aus dem Ufo. Sie hatten silberne Raumanzüge an. Dann weiß ich gar nichts mehr. Ich muss wohl bewusstlos geworden sein. Einen Monat später fanden mich Spaziergänger an der gleichen Stelle, mit einem Brief in der Hand und einer seltsamen Kugel. Sie brachten mich ins Krankenhaus und ich wurde mehrfach untersucht. Ich wusste gar nichts mehr. Auch nicht, wie ich heiße. Aber in dem Brief stand alles drin. Mein Name, meine Adresse, mein Beruf. Alles sauber aufgelistet. Tja, dann erst mal vielen Dank für Ihre Ausführungen. Frau Godarek, ist Ihnen so ein Fall schon einmal untergekommen? Naja, genauso nicht. Aber es gibt viele, die sagen, dass Sie von Außerirdischen entführt worden sind. Und so wie Herr Helmer, haben Sie manchmal ganz seltsame Dinge bei sich. Dann fragt man sich schon. Woher stammen diese Gegenstände? Was ist passiert? Aha, da ist schon unser erster Anrufer. Guten Abend. Wer ist am Apparat, bitte? Hier ist Sander. Ja, also ich hatte auch ein Erlebnis mit einem UFO, aber ich habe keine Außerirdischen gesehen, ich habe nur ihre Stimmen gehört. Aha, und wie war das? Also, vor einer Woche habe ich ein UFO gesehen. Es stand bei uns im Garten. Nachts. Ich habe Geräusche gehört und da habe ich aus dem Fenster geguckt. Ja, und da stand es. Ich bin rausgegangen, um es mir aus der Nähe anzuschauen. Es war ganz dunkel und ich habe niemanden gesehen und nichts gehört. Da bin ich ins Haus zurück, um die Polizei anzurufen. Als ich den Telefonhörer hochhob, hörte ich eine Stimme, die sagte, wir gehen schon von alleine. Sie brauchen nicht gleich die Polizei zu rufen. Auf Wiedersehen. Ich bin so erschrocken, dass mir der Hörer aus der Hand gefallen ist. Dann bin ich zum Fenster gerannt, um zu sehen, ob das UFO noch im Garten steht. Aber alles war wie immer leer und still. Trotzdem habe ich die Polizei angerufen, um ihr von den mysteriösen Vorfällen in meinem Garten zu berichten. Und was hat die Polizei gemacht? Gar nichts. Natürlich. Sie haben gesagt, ich soll mich ins Bett legen und ausschlafen. Morgen früh wäre dann alles wieder gut. Gut, die haben mir einfach nicht geglaubt. Können Sie sich das vorstellen? Tja, dann erstmal vielen Dank. Hallo? Hallo? Ja, guten Abend. Mit wem bin ich verbunden? Äh, Müllermann. Karl-Heinz Müllermann. Ja, Herr Müllermann. Was möchten Sie denn zu unserem heutigen Thema beitragen? Also, ich finde das alles einen totalen Blödsinn. Diese Leute wollen sich doch nur wichtig machen. Die erfinden irgendwas, um auf sich aufmerksam zu machen. Aber haben Sie Beweise für Ihre Geschichten? Natürlich nicht. In welchem Jahrhundert leben wir denn? Ja, dann vielen Dank. Unser nächster Anrufer ist... Sabine. Ich möchte meinen Namen nicht nennen. Kein Problem, Sabine. Was möchten Sie uns erzählen? Ja, also, ich hatte vor einem Jahr einen komischen Traum. Im Traum kamen Außerirdische zu mir und haben mir gesagt, dass ich am nächsten Tag unbedingt Lotto spielen soll. Und wenn ich gewinnen würde, dann sollte ich sie nicht vergessen und ihnen auch einen Teil des Geldes geben. Aha. Am nächsten Morgen hatte ich den Traum ganz vergessen. Aber als ich in die Küche kam, da lag auf dem Tisch ein Lottoschein. Also, ich kann nur sagen, ich hatte den Schein nicht dahin gelegt. Und dann? Na ja, ich füllte den Schein aus und ging zur Annahmestelle, um ihn abzugeben. Und haben Sie tatsächlich gewonnen? Nein, an diesem Tag habe ich nicht gewonnen. Aber ich habe am nächsten Samstag wieder gespielt und da habe ich gewonnen. Und zwar richtig. Das ist ja unglaublich. Und haben die Außerirdischen sich dann wirklich gemeldet, um einen Teil des Geldes zu holen? Nein, sie sind nie mehr gekommen. Ich habe auch nicht mehr von ihnen geträumt. Aber ich würde ihnen gern etwas von dem Geld geben. Schließlich habe ich durch sie ein schönes, ein viel leichteres Leben als früher. Ich bin ihnen sehr dankbar. Vielleicht habe ich ja nur geträumt. Aber wie kam der Lottoschein in meine Küche? Das ist ja eine sehr interessante Geschichte. So, Frau Goderek, Sie wollten schon lange etwas sagen. Bitte sehr. Ja, und zwar, das war eben eine ganz typische Reaktion von diesem Herrn Müllermann. Alles zu verteufeln, was nicht erklärbar ist. Ich wünsche mir, dass er mal eine Begegnung der dritten Art hat. Und? Wie war es gestern Abend? Meinst du das Abendessen? Ja, in diesem teuren Restaurant mit Georg und Christian. Warum seid ihr eigentlich von den beiden eingeladen worden? Na, weil sie ihre Wette verloren haben. Die haben wirklich gedacht, sie können gegen uns gewinnen. Im Tischtennis. Und das Restaurant? Das war ganz witzig. Zuerst mussten wir am Eingang warten. Der Tisch war noch nicht frei. Aber da ist dann schon eine kleine Vorspeise serviert worden. Die haben wir im Stehen gegessen. Wie im Fastfood-Restaurant. Und das Essen? Das war wirklich toll. Aber dann ist die Rechnung gebracht worden. Ja, und? Stell dir vor, Georg und Christian hatten viel zu wenig Geld dabei. Die Diskussionen mit dem Kellner waren ziemlich peinlich. Das kannst du mir glauben. Georg musste seinen Ausweis dort lassen. Ich hoffe, er hat die Rechnung inzwischen bezahlt. Aber Birgit, was willst du denn alles mitnehmen? So viel brauchst du doch nicht. Doch, doch, das brauche ich. Aber das passt doch gar nicht alles in unseren Koffer. Doch, doch, schau mal hier. Wir haben genug Platz. Was für ein Koffer ist das denn? Den kenne ich ja gar nicht. Der gehört meiner Mutter. Ich habe ihn geliehen, weil er so schön groß ist. Na gut. Wo sind eigentlich meine Hemden? Ich möchte mein weißes und mein blaues Hemd mitnehmen. Das geht nicht. Das ist schmutzig. Welches Hemd ist schmutzig? Das blaue? Nein, das weiße. Ich habe vergessen, es zu waschen. Tut mir leid. Aber das blaue ist hier. Danke. Dann nehme ich noch das gelbe mit. Was meinst du? Soll ich auch eine Krawatte mitnehmen? Ja, natürlich. Wenn wir abends in ein Restaurant gehen, brauchst du eine. Was für eine Krawatte ist besser? Eine helle oder eine dunkle? Nimm eine dunkle mit. Die ist immer richtig. Schau mal, welche Jacke passt besser zu dieser Hose? Die weiße oder die blaue? Die blaue Jacke passt besser, finde ich. Aber du hast doch schon zwei eingepackt. Naja, die dicke Jacke ist für abends, wenn es kalt ist. Und eine dünne Jacke brauche ich doch auch. Naja, schon gut. Hör mal, Birgit, mein Schal ist nicht da. Welcher Schal ist nicht da? Welcher Schal? Ich habe doch nur einen. Aber den muss ich unbedingt mitnehmen. Schau mal, meinst du den Grauen? Hier ist er doch. Moment, was machst du denn da? Warum liegt das Handy hier? Na, das will ich mitnehmen. Ich muss doch... Immer hast du dieses blöde Handy dabei. Können wir nicht einmal ohne Telefon sein? Nein, ich will im Urlaub meine Ruhe haben. Und du brauchst auch deine Ruhe. Nein, nein. Das Handy nehme ich mit. Das brauche ich unbedingt. Ich habe meinem Chef gesagt, dass er mich anrufen kann. Was für Ferien sollen das sein, wenn du immer nur an die Arbeit denkst? Keine Angst. Wir haben bestimmt schöne Ferien. Nun, schau mal hier. Wir müssen noch... Guten Tag. Ich möchte dieses Paket nach Kiew schicken. Mal sehen. Das wiegt nur 530 Gramm. Das ist kein Paket. Das ist ein Päckchen. Ach, ist das dann billiger? Ja. Ein Päckchen ist billiger als ein Paket. Wollen Sie es per Luftpost schicken? Ich weiß nicht. In die Ukraine ist es mit Luftpost teurer, oder? Ja, etwas teurer ist es schon. Auf dem Landweg kostet es 8,20 Euro und per Luftpost sind es, Moment, 10,30 Euro. Dafür kommt es auch schneller an. In dem Päckchen ist ein Geschenk. Meinen Sie, es ist nächste Woche Freitag in Kiew? Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Aber per Luftpost ist es in der Regel in 10 Tagen da. Ja, das reicht. Also bitte per Luftpost. Gut, das macht dann 10,30 Euro. Ach, und geben Sie mir bitte noch 5 Briefmarken zu 55 Cent. Hier, bitteschön. Das sind dann 13,05 Euro. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Hallo? Hallo Clemens, wo bist du? Ich bin vor dem Supermarkt. Ich habe gerade eingekauft. Ach, schade. Wir brauchen nämlich noch etwas. Das ist nicht schlimm. Dann gehe ich noch mal in den Markt. Was brauchen wir denn noch? Also, drei Flaschen Saft, eine Kiste Cola, ein Pfund Butter. Drei Flaschen Saft, eine Kiste Cola und ein Pfund Butter. Noch was? Ja, tut mir leid. Ich habe es ganz vergessen. Ein Kilo Kartoffeln, zehn Würstchen und ein Glas Mayonnaise. Halt, nicht so schnell. Also, ein Kilogramm Kartoffeln, wie viel Würstchen? Zehn, das sind genug. Zehn Würstchen und ein Glas Mayonnaise. Und das war's? Ja, das ist schon alles. Gut, dann bis nachher. Tschüss und danke. Tag Herr Grabowski, Sie habe ich ja noch nie hier gesehen. Oh, Herr Sommert, Frau Schmidke. Was für eine Überraschung. Was machen Sie denn hier? Tja, ich bin oft hier. Ich arbeite in Essen und da komme ich zwei bis dreimal pro Woche hierher ins Fitnessstudio. Sind Sie auch Mitglied im Fit Club? Ja, ich und Fitness? Nee, nee, Sie. Ich treffe heute meine Kollegen von früher. Möchten Sie denn etwas trinken, Frau Schmidke? Ach ja, gern. Einen Orangensaft, bitte. Mhm. Einen Orangensaft und Pilz, bitte. Ja, ja. Fitnessstudio. Also, zum Wohl, Frau Schmidke. Prost, Herr Grabowski. Können Sie mir erzählen, welche Schulen Sie besucht haben? Ja, ich bin 1956 in die Knabenvolksschule in Olching eingeschult worden, habe die Grundschule vier Jahre besucht, 1960 bin ich nach München auf das Gymnasium gewechselt, habe dort neun Jahre lang das Gymnasium besucht, Abitur gemacht und 1969 habe ich mich an der Universität immatrikuliert. Nach drei Semestern bin ich umgestiegen auf die Akademie für Bildende Künste. Die Akademie habe ich 1975 mit dem ersten Staatsexamen abgeschlossen und nach zwei Jahren Referendariat 1977 mit dem zweiten Staatsexamen. Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an Schule denken? Ja, zunächst mal sicherlich die Erfahrungen meiner eigenen Schulzeit, die nicht immer nur schön waren. Natürlich kommen mir Lehrer und Lehrerinnen in den Sinn, die sehr solidarisch auf Wünsche und Bedürfnisse der Schüler eingingen. Aber ich erinnere mich auch an Pauker, strenge, autoritäre Lehrer. Ja, was noch? Eine starke Solidarität in der Klasse. In den neun Jahren Gymnasium haben sich natürlich viele Freundschaften ergeben. Und was das Lernen betrifft, erinnere ich mich an Situationen, wo ich mich wirklich oft gefragt habe, warum ich das machen muss. Also dieser Spruch, fürs Leben und nicht für die Schule lernen wir, der kommt mir dann manchmal wie eine Karikatur vor. Aber ich erinnere mich auch an Fächer, die ich gerne mochte, wo man sowieso von sich aus was tut, aus Interesse. Ja, was war denn Ihr Lieblingsfach? Ach, da gab es bestimmt mehrere. Allen voran war sicherlich mein Lieblingsfach Kunsterziehung, oder wie das früher hieß, Zeichnen. Aber auch Fächer wie Erdkunde, Biologie und Geschichte, auch die Sprachen, Englisch, Französisch, haben mich sehr interessiert. Was ich nicht so mochte, waren fast alle naturwissenschaftlichen Fächer. Wobei ich aber ganz sicher bin, dass das an der Vermittlung lag. Damit, mit naturwissenschaftlichen Fächern meine ich Mathematik, Chemie, Physik und, ja, und dann so ein Fach wie Latein. Ich habe acht Jahre lang mich mit Latein gequält, oder besser gesagt, ich bin acht Jahre lang mit Latein gequält worden und habe den Sinn nie verstanden. Und die ideale Schule, wie sieht die aus für Sie? Schwer zu sagen. Ich bin als Lehrer von der Schule wieder weggegangen. Ich habe ja Lehramt studiert und war zwei Jahre lang Referendar. Aber ich konnte meine Vorstellungen nicht in das Schulsystem einbringen. Ich könnte mir aber immer noch eine ideale Schule als ein Zusammenspiel von Lehrern und Schülern vorstellen. Also nicht hierarchisch geordnet, sondern so, dass auch Schüler ihre eigenen Interessen einbringen können, ihre Vorlieben, ihre Schwerpunkte. Dass Lehrer auf Schüler eingehen, auch auf Lernertypen eingehen und versuchen ein Angebot zu machen, um dem, was Schüler wollen und brauchen, gerecht zu werden.